Ich zeige euch heute Revive, eins meiner persönlichen Highlights der diesjährigen Spielemesse. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Auf geht's! Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und ich zeige euch heute Revive, das neue Strategiespiel von Aporta Games. Ist ein Spiel für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren, dauert mit 90 bis 120 Minuten angegeben. Das hängt ein bisschen von der Spieleanzahl ab. Und für mich ist das wirklich eines der absoluten Highlights der diesjährigen Spielemesse in Essen gewesen. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Revive führt uns in ein post-postapokalyptisches Szenario. Das heißt, die Postapokalypse ist schon längst vorbei. Wir haben die Erde schon zugrunde gerichtet und wir Menschen mussten uns in Hüllensysteme zurückziehen. Dort haben wir tausende von Jahren uns in unterschiedliche Stämme und Völker weiterentwickelt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Planet, beziehungsweise die Oberfläche wieder bewohnbar ist. Und so kommen wir aus unserer Kluft wieder an die Oberfläche hinaus und fangen an, eben die Gebiete zu entdecken, Häuser zu bauen, alles wieder zu bevölkern. Und wir machen uns auf die Suche nach Artefakten. Und das Ganze machen wir natürlich, weil wir dafür Siegpunkte bekommen. Und wer am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte dann gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Das Ganze ist zugbasiert. Das heißt, es geht reihum. Immer wenn wir dran sind, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen zwei Aktionen. Das macht man die meiste Zeit im Spiel. Oder wir machen eine Hibernation-Phase, also eine Winterschlafphase. Sozusagen ein Pausenzug, bei dem wir alles bei uns im Tableau wieder ein bisschen auffrischen, damit wir dann im nächsten Zug wieder richtig gut durchstarten können. Meistens werden wir aber zwei Aktionen machen. Und da stehen uns insgesamt fünf verschiedene Aktionen zur Auswahl. Wir können uns überlegen, ob wir zwei verschiedene Sachen machen oder ob wir zwei Mal das Gleiche machen. Das bleibt uns überlassen. Aber meistens werden wir eine dieser fünf Aktionen auswählen. Und da haben wir als erste Aktion die Möglichkeit, eine Karte zu spielen. Jeder startet schon mit einem Deck mit sechs Startkarten aus drei verschiedenen Farben. Und wenn man dann so eine Karte spielt, dann platziert man die bei seinem Tableau entweder oben oder unten in einem dieser Slots, die man auf dem Tableau findet. Und dann löst man eine entsprechende Aktion aus. Und man sieht auf den Karten eben schon, da sind Symbole oben an der Karte angegeben und unten. Und je nachdem, wo man sie dann eben in sein Tableau einslottet, macht man dann eben unterschiedliche Sachen. Meistens bekommt man Ressourcen, also Zahnräder, Bücher oder Nahrung. Die braucht man dann für alle anderen Aktionen. Manchmal kann man seine Spezialfähigkeit aktivieren. Und dann hat jeder auf seinem Tableau auch eine eigene Spezialfähigkeit, die man von Anfang an schon hat. Eine weitere kann man übrigens auch freischalten. Und das ist quasi eine Sache, die man relativ häufig macht. Man sieht jetzt hier auch schon, dass da bei den Slots so kleine Einbuchtungen sind. Und da kann man verschiedene Module einbauen. Das heißt, wir können mit einer Aktion auch solche Module aus der Auslage draften. Die bauen wir dann da ein. Und das Schöne ist dann, dass wir dann diesen Aktionsslot damit aufgewertet haben. Das heißt, wenn wir dann später wieder mal eine Karte da spielen und die Farbe passt zu dem entsprechenden Modul, manche sind auch zweifarbig, dann kriegen wir nicht nur die Sachen, die auf der Karte drauf sind, sondern auch noch die Boni, die auf diesen Modulen mit abgebildet sind. Und so kann man sich so eine kleine Engine aufbauen, in dem man quasi immer mächtigere Aktionen macht. Natürlich kann man, wie in jedem guten Deckbauspiel, sich auch weitere Karten holen. Wie das funktioniert, werden wir dann gleich noch sehen. Aber auch da haben wir noch die Möglichkeit, unser Deck sukzessive immer aufzubessern und so quasi immer mächtigere Sachen zu machen. Die zweite Aktionsmöglichkeit, die uns zur Verfügung steht, ist, dass wir entdecken. Wir können also auf Erkundungstour gehen und neue Gebiete finden. Dazu drehen wir dann die entsprechenden Plättchen, die so aus vier Hexfeldern bestehen, um auf die andere Seite. Dann haben wir also neue Möglichkeiten dann für weitere andere Aktionen. Und um das zu machen, müssen wir die entsprechenden Kosten bezahlen. Das ist meistens Nahrung, manchmal sind auch Bücher noch dabei. Und wir haben auch gewisse Entfernungskosten. Also am Anfang gehen wir von der Kluft aus los. Später, wenn wir Gebäude oder Miepel schon auf den Spielplan gebracht haben, dann zählen wir sozusagen die kürzeste Entfernung von einer unserer dieser Holzteile auf dem Plan. Und auch das müssen wir dann bezahlen. Und dann drehen wir das entsprechende Plättchen um. Dadurch stehen dann allen Mitspielern neue Gebiete zur Verfügung. Und das ist auch die Möglichkeit, wie wir an neue Karten kommen. Da haben wir dann immer in der Auslage fünf Stück zur Auswahl. Die kriegen wir dann auch dann gleich in unseren Spielbereich. Die können wir also dann quasi im nächsten Moment eigentlich dann auch schon spielen. Und so bauen wir dann quasi sukzessive unser Deck nach und nach auf. Die nächste Aktionsmöglichkeit ist, dass wir Gebäude bauen. Da stehen uns zwei verschiedene zur Verfügung. Die kleineren kosten drei Zahnräder, die größeren kosten fünf Zahnräder. Und die platzieren wir dann irgendwo auf dem Gebiet. Wir müssen natürlich auch wieder die entsprechenden Entfernungskosten wieder bezahlen. Und das machen wir deswegen, weil wir dann alle umgrenzenden Hexfelder aktivieren. Das sind entweder so Wasserfelder, da gibt es unterschiedliche Boni, je nach Plättchen. Und dann gibt es aber auch die gelben, grünen und grauen Felder. Die ermöglichen es uns dann, dass wir auf den verschiedenen Technik-Tracks bei uns auf unserem Tableau voranschreiten. Und damit schalten wir wieder neue Felder frei, auf die wir dann Maschinenteile bauen können. Also immer, wenn so ein kreisrundes Feld freigespielt wird, haben wir einen neuen Slot. Dann können wir eben aus drei verschiedenen Maschinen aus der Auslage eine aussuchen. Die können wir dann da drauf bauen. Und die ermöglichen es uns dann, freie Aktionen in unseren Zügen zu machen. Dazu haben wir diese kleinen Blitze. Am Anfang haben wir davon auch nur einen. Können also pro, ja sag ich mal, Runde, bis wir uns wieder auffrischen, nur einen dieser Blitze benutzen. Also auch nur eine Maschine. Aber natürlich können wir uns in dem Spiel noch weitere Blitze holen. Und dann haben wir noch mehr Aktionsmöglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit, wie wir also hier unsere Strategien entwickeln können und uns je nachdem, was wir machen, in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Die nächste Aktion ist die Bevölkerungsaktion. Da können wir diese kleinen Miebelchen von unserem Tableau aufs Spielbrett bringen. Und das machen wir zum einen, weil wir für jeden dieser Miebel dann am Ende des Spiels zwei Punkte bekommen. Wenn wir diese Randfelder erreichen, gibt es vier verschiedene Ortschaften, die auch je nach Partie neu ausgelost werden, können wir uns auch bestimmte Siegbedingungen fürs Ende freischalten. Aber warum wir das eigentlich machen ist, das sieht man hier auch auf unserem Tableau. Wir schalten uns damit, wie auf so einem kleinen Mini-Tag-Tree, neue Spezialfähigkeiten frei. Also jeder hat eine individuelle zweite Spezialfähigkeit, die man als allererstes freischaltet. Und dann hat man unterschiedliche Richtungen, in denen man sich weiterentwickeln kann. Da kriegen wir zum Beispiel auch einen fünften Slot, an dem wir dann später Karten anlegen können und viele andere Sachen auch. Es erlaubt uns auch unter anderem die Artefakte zu bekommen, die in dem Spiel ja relativ wichtig sind. Die gibt es auch noch bei verschiedenen anderen Leisten, wenn wir da bestimmte Schritte absolviert haben. Und die sind sehr, sehr wichtig dann für das Spielende, weil wir dafür dann sehr, sehr viele Siegpunkte bekommen. Und die lösen auch das Spielende aus. Also im Spiel zu vier zum Beispiel sind zwölf dieser Artefakte drin. Und sobald das zwölfte Artefakt von jemandem genommen worden ist, ist jeder andere nochmal dran und dann ist das Spiel auch zu Ende. Eine letzte Aktion habe ich euch noch unterschlagen. Die ist eigentlich relativ einfach, zumindest am Anfang, wenn man das Spiel auspackt. Nämlich gibt es so einen kleinen Schalter hier auf dem Tableau, der ist auf grün geschaltet. Und wenn wir dann den nach unten ziehen, dann dürfen wir uns eine Ressource nehmen. Das klingt erstmal nicht mächtig, aber oft ist es genau die Ressource, die uns dann fehlt. Und im Laufe des Spiels gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten, wie wir diesen Schalter benutzen können. Denn, da kommen wir später noch drauf, ist eine kleine Kampagne auch noch mit in der Schachtel. Jetzt habe ich euch gesagt, was die fünf verschiedenen Aktionsmöglichkeiten sind. Und da machen wir eben zwei davon immer Reihe um. Aber irgendwann haben wir alle unsere Karten gespielt. Die Slots sind alle voll. Wir haben irgendwie keine Blitze mehr und können irgendwie hier nichts mehr machen. Dann machen wir eine Hibernation, also einen Winterschlaf. Dann kriegen wir sozusagen alle Karten, die auf dem Ablagestapel sind, jetzt in unserem Spielbereich. Falls da noch welche liegen, bleiben die übrigens auch da. Die Sachen aus den Slots wandern alle auf den Ablagestapel. Die Blitze gehen wieder von den Maschinenall in die Mitte zurück. Wir gehen auf dem Hibernation Track, ein Feld nach vorne, kriegen noch einen coolen Bonus. Und wenn wir dann das nächste Mal wieder dran sind, dann haben wir quasi wieder alle möglichen Sachen in der Hand und können wieder so richtig loslegen. Das Spiel ist wie gesagt dann zu Ende, wenn zwölf Artefakte, im Spiel zu viert zumindest, bei drei Spielern sind es zehn Artefakte. Zu zweit hat man nur acht Artefakte, damit das Spiel einigermaßen an die Spielerzahl angepasst ist. Wenn die dann weg sind, dann wird gepunktet und wir gucken quasi, wer hat die meisten Siegpunkte erwirtschaftet. Viele bekommen wir schon während dem Spiel durch die unterschiedlichen Dinge, die wir hier machen. Am Ende gibt es dann nochmal ganz viele Punkte für diese ganzen Fortschrittsplättchen, die wir uns freigeschaltet haben. Also von unserem Spezialfähigkeitenbrett und auch von den Slots, die die Maschinen vorher belegt haben. Dann kriegen wir wie gesagt für die ganzen Miepel-Punkte einmal generell zwei Punkte für die, die wir auf den Plan gebracht haben und dann auch für die entsprechenden Ortsplättchen, die wir da besiedelt haben, die auch bestimmte Bedingungen noch beinhalten. Aber das Wichtigste, einer der größten Punktefaktoren ist tatsächlich die Artefaktkarte, die am Anfang uns zugeteilt wird. Man kann das Ganze auch draften, dann kriegt man am Anfang zwei und sucht sich eine aus. Und da ist quasi mit jeder dieser drei Artefaktfarben, also Grau, Gelb und Glieder, eine Bedingung verknüpft. Zum Beispiel, du bekommst für jeden Blitz einen Siegpunkt am Ende des Spiels oder für jeden Miepel, den du auf den Spielplan gebracht hast. Und das bekommt man einmal generell schon, wenn man diese Karte irgendwie wertet. Aber für jedes Artefakt dieser Farbe, was man gesammelt hat, kriegt man das Ganze nochmal. Also das ist eine Art Multiplikator, da kann man richtig viele Punkte am Ende noch holen. Ich habe vorhin ja schon angedeutet, dass es auch eine Kampagne in dem Spiel gibt. Also da gibt es so einen kleinen Stapel von Karten, die man erstmal nicht anschauen soll. Und wenn man Bock auf die Kampagne hat, dann macht man den auf und liest sozusagen die Geschichte, gibt so ein bisschen Hintergründe. Und was sozusagen das Ziel der Kampagne ist, ist, dass man sich im Laufe von mehreren Szenarien dann noch weiteres Material freischaltet. Also es kommen neue Playerboards mit rein, die etwas komplexere Fähigkeiten haben. Dieser Switch, also dieser Schalter, kriegt noch eine etwas bessere Bedeutung und Funktion, als einfach nur eine Ressource holen. Und es kommt einfach insgesamt ein bisschen mehr Wiederspielwert rein. Was man nicht erwarten darf, ist jetzt irgendwie eine tiefgreifende, mitreißende, emotional aufwühlende Story. Das kann der Kampagnenmodus jetzt nicht wirklich bieten. Ihr seht schon, ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Und das liegt daran, dass Revive ein wirklich belohnendes Spielerlebnis macht. Und zwar ist es Engine Building par excellence. Also Engine Building bedeutet, dass wir uns hier so eine kleine Maschine aufbauen. Also durch die Sachen, die wir hier machen, entwickeln wir uns ständig weiter. Und können quasi im Laufe des Spiels immer coolere Sachen machen. Und das hier ist Engine Building, wie ich es selten so gut gesehen habe. Wir können hier wirklich alles upgraden. Wir können die Karten upgraden. Wir können die Slots upgraden. Wir können uns Maschinen hier hinbauen. Wir schalten uns Technologien mit den Miepeln frei. Überall kriegen wir coole Sachen. In jedem Zug entwickeln wir uns irgendwie weiter und machen coolere Sachen. Und das Schöne ist, da muss man echt sagen, da haben die Designer auch wirklich gute Arbeit geleistet. Und es ist so belohnend, dass auch in den Details man irgendwie immer wieder positiv überrascht wird. Wenn man zum Beispiel diese neuen Module bekommt und die dann das erste Mal auf die Slots reinlegt, zumindest quasi beim ersten Feld, dann bekommt man gleich sofort einmal den Bonus. Damit man schon so ein Gefühl dafür kriegt, wie cool es dann später sein wird, wenn man diesen Bonus aktiviert mit den Karten. Wenn wir neue Karten ins Tableau bekommen, dann wandern die nicht wie die anderen Spielen auf den Ablagestapeln. Und dann kriegen die sie irgendwann wieder, wenn das durchzirkuliert. Nee, wir haben die sofort zur Verfügung. Wir können die eigentlich im nächsten Zug gleich einsetzen. Auch wenn wir uns refreshen, dann ziehen wir nicht irgendwie eine bestimmte Anzahl von Karten nach. Sondern alle Karten, die auf dem Ablagestapel sind, kommen dann irgendwie zu uns in die Auslage. Und das sind diese kleinen Details, die einfach wirklich so darauf designt sind, dass sie das Dopamin fließen lassen. Also man macht wirklich in jedem Zug was richtig cooles. Das macht einfach total Spaß. Und das Schöne ist auch, dass hier bei dem Engine Building auch wirklich belohnt wird, dass man gut überlegt und eine gute Strategie entwickelt. Also wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, macht man deutlich mehr Punkte als in der Erstpartie. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jemand das zum ersten Mal spielt mit Leuten, die das schon gut kennen, dann hat er eigentlich fast keine Chance. Also die Punkte sind extrem weit auseinander am Ende. Was ehrlich gesagt ein gutes Zeichen ist, weil man sieht, man wird dafür belohnt, dass man irgendwie Spielerfahrung sammelt und sich gut auskennt. Es ist also quasi nicht so, dass jeder sich je automatisch irgendwie weiterentwickelt, sondern man muss schon irgendwie Hirnschmalz da reinstecken in die ganze Sache. Es ist aber trotzdem für jemanden, der das Spiel verliert, und ich habe es jetzt auch schon einige Male verloren, trotzdem ein total belohntes Spielerlebnis, weil man eben trotzdem halt sich selber weiterentwickelt und irgendwie immer coolere Sachen macht, auch wenn man dann am Ende nicht mehr Punkte hat als die Gegner. Also es ist ein richtig geiles Spiel und ich muss auch sagen, es gibt auch ein paar Kritikpunkte. Das eine ist das Thema. Ich mag das Thema. Ich finde es ehrlich gesagt auch eine coole Herangehensweise, dass man sagt, man macht irgendwie so ein postapokalyptisches Szenario. Nicht, dass wir uns irgendwie alle total verfallen moralisch und wir müssen uns alle bekriegen, sondern das geht sozusagen noch einen Schritt weiter. Wir haben ein paar tausend Jahre irgendwie schon hinter uns und jetzt bevölkern wir wieder die Erde. Und wir sind zwar in Konkurrenz miteinander und gucken auch, wer kriegt die coolsten Spots auf dem Brett, aber man kann sich hier nicht gegenseitig angreifen. Es gibt irgendwie keine Konflikte in dem Sinne. Es ist also relativ friedlich. Aber man muss schon sagen, dieses Thema, so cool es auch ist, das kommt jetzt nicht so stark durch in dem Spiel. Also mich persönlich stört es nicht. Es ist ein Spiel, das sich auf die Mechanismen konzentriert und die machen extrem viel Spaß. Aber Leute, die wirklich sehr, sehr auf das Thema fixiert sind und die sagen, sie brauchen irgendwas Immersives, eine Welt, in der sie sich so richtig reinfallen lassen können, die könnten bei dem Spiel tatsächlich ein bisschen enttäuscht sein, weil das halt wirklich sich sehr auf die Mechanismen konzentriert. Das nächste ist der Preis. Das Spiel kostet 80 Euro. Das war auch der Grund, warum ich das in Essen nicht mitgenommen habe, weil ich dachte, gut, für den Preis würde ich es erstmal gerne irgendwo spielen. Ich habe es ja dann an dem Abend übrigens gleich sofort irgendwo bestellt. Und man muss sagen, die Spiele werden ja sowieso immer teurer. Irgendwie ist 60 eh schon das neue 50, hat man das Gefühl, bei dieser Art von Spiel. Aber 80 ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also ich kann jetzt sagen, ich finde, das ist das Geld wert. Aber man muss sich trotzdem im Klaren sein, dass es andere vergleichbare Spiele gibt, auch so mit dem Inhalt an Sachen und mit dem Komplexitätsgrad, die halt deutlich günstiger sind. Und das dritte ist, das Spiel gibt es aktuell immer noch nicht auf Deutsch. Also man muss sagen, die meisten Sachen sind hier sprachneutral. Es sind ein paar Sachen auf den Playerboards dran draufgeschrieben als Spezialfähigkeiten. Alles andere kommt mit Symbolen aus. Also im Endeffekt bräuchte es nur eine deutsche Anleitung. Dann könnte das eigentlich jeder schon spielen. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch kein deutscher Verlag sich angekündigt hat, das zu lokalisieren. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch hierzulande ein richtiger Renner wäre. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Chancen hätte, gewisse Preise abzuräumen. Also es ist eigentlich im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann auch auf Deutsch rauskommt. Aber wer so ein bisschen Englisch kann und sich durch die Regel durchschlägt oder sich ein Regelvideo anschaut, der wird da gut zurechtkommen. Denn wie gesagt, Sprache ist hier ansonsten ob dem Spielmaterial wenig drauf. Insgesamt gesehen ein richtig geiles Spiel. Wie gesagt, eines meiner absoluten Highlights. Und zwar deswegen, weil es einfach so ein unglaublich cooles Spielgefühl macht. Weil ich quasi in jedem Zug, den ich mache, irgendwie was Geiles mache. Und mich irgendwie, wenn die anderen dran sind, schon beim Nachgrübeln irgendwie drauf freue, dass ich jetzt bald wieder drankomme. Und mir ist eigentlich fast egal, ob ich die allerbeste Option dann gefunden habe oder nicht. Es gibt im Endeffekt dann zwei, drei, vier Optionen, die irgendwie alle sich cool anfühlen. Und das ist einfach ein geiles Spielgefühl. Das solltet ihr euch auf alle Fälle mal näher anschauen. Das war mein erstes Fazit zu Revive. Und ich freue mich, wenn wir uns dann an den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020